Einen wunderschönen Montagmorgen in die Runde. Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 42.700 US-Dollar. Es hat sich über das Wochenende sehr, sehr wenig getan, deswegen gab es jetzt auch kein Update-Video. Es hat sich einfach ehrlich gesagt nicht gelohnt. Die Kurse pendeln hier um die 43.000 bis 43.400 US-Dollar-Marke. Wir sehen schon, wir haben hier unseren Widerstand nach oben hin nicht durchbrechen können. Seitdem pendeln wir eben, wie gesagt, hier zwischen 42.200 und knapp 43.400 US-Dollar. Wie das jetzt weitergeht, ob wir nochmal Richtung 35.000 US-Dollar gehen und was wir jetzt mit unseren weiteren offenen Positionen machen, was natürlich auch bei Gold und bei den Stock-Indizes anfällt, das werden wir uns auf jeden Fall heute kurz und knackig mal ganz kurz angucken. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video trotzdem schon mal gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne auch einen Kommentar unten für den Algorithmus da lassen, damit das Video hier gepusht wird und ansonsten kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Dort kriegt ihr immer das Aktuellste mit und natürlich auch, wenn irgendwelche Setups oder Videos anstehen. Gestern noch ein neues Chronos-Update für alle Crypto.com-Investierten gemacht, also schaut euch das auch liebend gerne an. So, jetzt aber rein ins Video. Wie gesagt, Bitcoin bei 42.700 US-Dollar. Wir sehen schon hier, richtig viel Bewegung ist hier nicht wirklich im Chart. Wir bilden hier in den kleineren Timeframs, auf dem 4-Stunden-Timefram, so ein kleines Head-and-Shoulder-Chart-Pattern. Keine Ahnung, für mich ist es weiterhin keins, weil wir keinen richtigen Trend nach oben hinhaben. Und ein Head-and-Shoulder-Chart-Pattern ist einfach ein Trend-Wende-Pattern. Wir haben hier keinen richtigen Trend nach oben, wenn dann ist es hier so eine leichte Konsolidierung, beziehungsweise so ein ganz, ganz minimaler Abtrend mit Head-and-Shoulders wäre ich hier extrem vorsichtig. Trotzdem ändert es nichts an der Sache, dass wir hier diesen Monats-Pivot bei 43.300 US-Dollar immer noch nicht durchbrechen konnten. Ihr seht, wir haben hier mehrere Anläufe nach oben hin gestartet, wir haben das nicht darüber geschafft. Und auch das Handelsvolumen ist in den letzten Stunden deutlich, deutlich nach unten hingegangen. Wenn wir uns jetzt mal die Funding-Rates angucken, die sind eigentlich weiterhin sehr, sehr neutral, sogar teilweise im Minus. Also jetzt kein Long- oder Short-Überschuss, keiner versucht irgendwie hier diese Chance zu nutzen. Wundert mich ehrlich gesagt, dass wir bei solchen Funding-Rates hätten wir die zu einem anderen Zeitpunkt gehabt. Hier zum Beispiel in diesem Bereich solche Funding-Rates, war safe, dass wir nach oben hin gehen. Aber momentan scheint der Markt ein bisschen Unsicherheit einfach drin zu spüren. Natürlich, wir haben eigentlich viel zu optimistische Zahlen, wenn wir uns mal die ganzen USA und sowas angucken. Wir haben das Hiving vor der Tür. Es ist nicht so wirklich bearish, was da draußen los ist, aber es kann jederzeit irgendwie, jeder wartet nur auf dieses eine News, damit es mal nach unten hin knallt. Auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt mal einen Traders-Reality-Indikator noch mit dazu reinhauen, wenn er dann laden würde. Ansonsten muss ich mal wieder aktualisieren. Ah, hätte ich sogar geladen. Egal, machen wir das gleiche Spiel nochmal. Also Traders-Reality-Indikator an, 1-Stunden-Timeframe, wo ist das eine Psy-Range für diese Woche, die ja immer jeden Sonntag gebildet wird. Da sehen wir schon, okay, wir sind schon da drunter. Relativ enge Psy-Range zwischen 43.000 und 42.900 US-Dollar. Sehr, sehr eng. Wir sind jetzt aber schon drunter gefallen, haben auch schon drunter geschlossen, plus eine Bestätigung gesehen. Den, denke ich jetzt auch eher, ist eher so ein Zeichen dafür, dass wir hier nochmal ein bisschen tiefer gehen. Und ihr kennt schon seit Wochen meine Aussage, dass ich hier immer noch davon ausgehe, dass wir hier zumindest einmal in Richtung 40.000, 640.700 US-Dollar runterfallen. Ich suche hier derzeit noch ein bisschen nach einem kleinen Short-Entry. Ich habe gestern schon überlegt, ob wir hier, weil wir ja momentan die Long-Position offen haben, die Position ist verdoppelt. Das sind mittlerweile 5 Take-Profits oder sowas genommen. Ob wir hier noch einen Short irgendwie reinmachen. Momentan warte ich hier nochmal ab. Vielleicht kriegen wir heute nochmal im Laufe des Tages nochmal so einen kleinen Schuss in Richtung 43.300, 43.400. Dann auf jeden Fall hier oben Short mit einem Stop-Loss hier über diesen letzten Hoch bei knapp 44.000 US-Dollar. Ich gehe, wie gesagt, weiterhin weniger davon aus, dass wir im Laufe der Woche hier die 45.000 US-Dollar sehen. Ich gehe eher davon aus, wie gesagt, dass wir jetzt so langsam aber sicher hier nach unten hin und immer weiter nach unten hin fortarbeiten und dann Richtung 35.000, 36.000 US-Dollar hier runtergehen, weil hier unten liegt unser Abtrend. Wir haben hier auch noch diese Konsolidierungsphase oder diese leichte Aufwärtsphase, die es hier meiner Meinung nach immer noch zu füllen gibt. Das heißt, für mich längerfristig, mittelfristig sind die 35.000 bis 38.000 US-Dollar auf jeden Fall nochmal im Bereich des Möglichen. Beziehungsweise bin ich eigentlich momentan sogar immer noch sehr, sehr überzeugt davon, weil diese ganze Bewegung, die wir jetzt hier, wie gesagt, durch diesen ganzen ETF-Wahnsinn etc. haben, weiß ich nicht, ob ich das wirklich trauen soll auf längere Sicht und ob das wirklich so Sinn macht. Auf jeden Fall, kurzfristig ein Stunden-Timeframe. Wie gesagt, seht ihr ja, ist nicht wirklich viel Bewegung derzeit drin. Wir sind hier eher in so einer kleinen Abwärtstrendphase, beziehungsweise wenn ihr hier zum Beispiel die Linie noch zieht, dass wir hier in so einer Art symmetrical triangle sind. Das heißt, wir kriegen hier früher oder später einen Breakout oder auch möglicherweise einen Fakeout, je nachdem, wie lange sich das jetzt heute noch zieht oder morgen, dass wir hier erst nochmal hochkommen, Fakeout sehen und dann hier nach unten hin abverkauft werden. Das wäre die Möglichkeit, die ich jetzt erstmal sehe. Das wäre auch perfekt für unsere Short, wie gesagt, da wird es auf jeden Fall noch ein Signal geben, aber auch nur, das Risiko gehe ich nur ein, weil eben die Long-Position offen ist. Sollten wir, wie gesagt, hier hochkommen, dann wird es für alle wahrscheinlich das Signal geben. Ansonsten würde ich sagen, für alle, die eine Long-Position offen haben und sich hier diese Bereiche hier unten gesichert haben, würde ich hier einen Short-Entry machen. Ansonsten wäre der nächste Bereich dann hier oben, weil, wie gesagt, momentan, ich gehe zu 70% eher davon aus, dass wir tiefer gehen und 30%, dass wir hier oben momentan zumindest nochmal diesen Bereich hier oben abholen sollten. Das erstmal dazu, wie gesagt, es tut sich weiterhin sehr, sehr wenig, solange hier einfach diese Konsolidierung da ist, brauchen wir uns keine signifikanten Gedanken machen. Bei Ethereum ungefähr das gleiche Spiel. Auch hier haben wir eigentlich kaum Bewegung, nachdem wir hier nur ins Golden Pocket reingekommen sind und leider auch hier nicht in den Short-Bereich gekommen sind. Kann natürlich auch noch kommen. Sollte Bitcoin jetzt natürlich hier dieses Fake-Out kriegen, sehe ich bei Ethereum auch nochmal das Potenzial, zumindest hier ins 0,786 reinzukommen und dann weiter nach unten hin abverkaufen. Also hier tut sich, wie gesagt, seit Wochen ebenfalls eigentlich kaum gar nichts. Wir haben hier immer noch diesen langen, für alle, das ist der lange Wig, der perfekt hier auch letzten Monat den Pivot abgeschlossen hat. Der neue Pivot liegt hier sogar bei knapp unter 2000 US-Dollar. Aber das ist so dieser Zielbereich, den ich weiterhin auserkoren habe. Einerseits nochmal für mögliche Spot-Käufe, vielleicht für manche interessant. Andererseits natürlich auch für jeweilige Long-Positionen. Aber momentan bin ich hier in gar keiner Position drin. Ich überlege immer noch, sollten wir hier oben das 0,786 auf Fibonacci-Tracement-Level noch einmal anlaufen. Dann eben wegen dieser Ineffizienz würde sich hier oben nochmal ein kleiner Short orienten. Oder eher gesagt lohnen mit einem Stop-Loss und der ist halt ein bisschen heftig von 3,39 Prozent, weil wir hier auf jeden Fall den alten Pivot plus dieses letzte Zwischenhoch hier abdecken müssen. Das heißt, hier extremes Risiko. Müssen wir dann wirklich gucken, wenn wir hier in diesen Preisbereich dann wirklich kommen sollten. Übergeordnet bleibt das Ziel zwischen 2070 und, ich sage jetzt mal, 1900 US-Dollar. Das sind so die längerfristigen, mittelfristigen Ziele, die ich bei Ethereum mir auf jeden Fall nochmal vorstellen könnte, bevor wir dann wirklich in einen potenziellen Bullrun einsteigen. Kann sich aber, wie gesagt, alles noch ziehen durch das Bitcoin-Halving. Ansonsten schauen wir uns mal ganz kurz die Märkte an. Also Euro weiterhin unter Druck. Da habe ich ja letzte Woche schon dazu gesagt, erwarte ich diese Woche nochmal so Kurse zwischen 1,073. Da bleibe ich auch erst einmal dabei. Wir sehen hier, wir hatten hier dieses Fake-Out, diese knackige Erholung am Donnerstag noch, bevor es dann am Freitag wieder deutlich abverkauft wurde. Also hier bleibe ich dabei. Diese Ineffizienz hier unten sollte noch gefüllt werden und dann können wir uns auch hier diese Woche noch einmal einen kleinen Long orientieren. Gold ebenfalls Position, wie gesagt, wurde verdoppelt. Die Short-Position, hier warten wir jetzt auch erst mal ab. Aber ihr seht, auch hier hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Wir befinden uns eher in so einer kleinen Aufwärtsbewegung. Aber nachhaltig hier jetzt irgendwie mal einen festen Impuls nach oben hin, tut sich einfach nicht. Deswegen gab es auch am Wochenende keinen wirklichen Marktausblick. Ich weiß nicht, es ist einfach momentan nicht lohnt hier irgendwelche Prognosen, die ich jetzt seit Wochen einfach sage, dass die endlich mal eintreten. Da tut sich einfach nichts, deswegen auch kein Video am Wochenende. Der S&P 500 hat seinen Pivot hier erreicht. Also das war unser Maximumziel, der R1 hier oben. Da müssen wir jetzt heute mal im Laufe des Tages gucken, beziehungsweise eher vielleicht sogar morgen, dass wir hier jetzt endlich mal unseren Short-Entry reinkriegen. Aber das könnte möglicherweise funktionieren, dass wir hier in Richtung nochmal 4.900, vielleicht sogar 5.000 Punkte hochgehen, eine Barrage-Stay-Version erzeugen und dann möglicherweise so eine kleine, kleine Falle hier reinkommt. Und das Gleiche auch beim Nasdaq. Auch hier bewegen wir uns weiterhin nach oben in Richtung Pivot R1 bei 17.830 Punkten. Momentan sind wir bei 17.600 Punkten. Aber an sich sieht das alles hier mir momentan immer noch ein bisschen zu bullisch aus. Da müssen wir jetzt mal die nächsten ein, zwei Tage abwarten. Aber ich denke, zumindest beim S&P 500 sollten wir diese Woche unseren Short-Entry auf jeden Fall kriegen. Ansonsten gerne mal unten eure Meinung reinschreiben, was ihr von dieser Woche haltet. Sehen wir Bitcoin eher nach weiter oben, also Breakout aus diesem Symmetrical Triangle nach oben in Richtung 45.000 US-Dollar. Oder sagt ihr, nö, wir gehen erst Richtung 40.700 bis sogar 40.000 US-Dollar. Schreibt es unten gerne rein. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns eventuell dann später nochmal zu einem kleinen Altcoin-Update-Video. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann war es das von mir. Wir hören uns dann, wie gesagt, vielleicht später nochmal. Ich wünsche euch einen schönen Start und eine erfolgreiche Woche. Und ja, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.